Grüß euch zum heutigen Thema, die aktuellen Feuer. Und da scheint's Hawaii richtig erwischt zu haben. Begonnen hat's am 8. August, dem Tag 1361. Man könnte ja einwenden, das wäre ein Feuer von vielen, oder warum soll man so ein Paradies zerstören wollen? Aber wie man hier sieht, vorher, nachher, vorher, nachher und überall siehst du zwischendrin grüne Bäume, die wie durch ein Wunder überlebt haben. Nochmal vorher und nachher und vor kurzem hat eine bestimmte Gruppe sogar diese Warnung rausgeben. Und ob das in Hawaii jetzt diese Energielaserwaffen waren oder Brandstiftung, ich meine, wie sie es machen, ist ja ganz egal. Aber schaut euch das mal an hier. Genau da, wo es jetzt gebrannt hat, hat man vor einem halben Jahr das hier gesehen. Und sie sagen, die Chinesen waren's. Und warum man das glauben kann und worum's da geht, das sehen wir gleich. Und diese Infos sind alle von ihren offiziellen Seiten. Pläne und Beschlüsse, die sie seit 2010 schon veröffentlicht haben. Warum muss Hawaii den Phönixmacher also verbrennen und was soll dann wieder aufstehen? Erstens, Hawaii soll das allererste von künstlicher Nonintelligenz regierte Land werden. Aber mit dem ganzen Touristen hin und her geht das nicht. Und außerdem muss nach ihrem Prinzip das Alte ganz weg. Nach ihren kranken Phönixvorstellungen, weißt du schon, der da erst verbrennen muss. Das Bestehende können sie nämlich nicht in was Künstliches umwandeln, weil das Bestehende ist gewachsen. Die Kulturen, die Städte, die Länder, die Systeme, die Märkte sind über Jahrhunderte gewachsen. Sie wollen das Gewachsene jetzt nicht neu organisieren. Sie wollen das weghaben. Sie wollen eine komplett gefertigte Welt, wo alles gefertigt ist, nichts Gewachsenes mehr. Das geht sogar bis zur DNA von Pflanzen, Tieren und Menschen, die dem Zweck- und Funktionsplan entsprechen sollen und nimmer dem Gewachsenen, Göttlichen. Nicht mal die Kinder können im Mutterleib mehr wachsen. Da gibt es jetzt auch schon Maschinen. Ja, die gibt es schon. Die wollen keine neue Weltordnung. Die wollen eine komplett neue, gefertigte Welt. Alles nach ihren Vorstellungen gefertigt. Das würde bedeuten, sie sind die Götter über diese Welt. Und da wächst nichts mehr, weil Wachsen ist Leben. Wachsen kommt von Gott, Papa und Mama. Nichts Lebendiges und Gewachsenes mehr soll es geben. Aber was hat jetzt Hawaii damit zu tun? Diese kleinen Inseln da irgendwo? Naja, künstliche Non-Intelligenz-Regierung auf einer Insel ausprobieren oder einführen, das wäre schon ein Punkt. Aber warum gerade dort? Das bringt uns zum nächsten Punkt. Zweitens, die Belt and Road-Initiative. In den Medien wird es so verkauft, als wäre das eine Idee von den Chinesen gewesen, um die Transportwege und den Weltmarkt zu dominieren. Da liest du dann Sachen wie Ein Mann, dieser Chinese will die Seidenstraße wieder. Das ist alles Ablenkung. In Wirklichkeit kommt es von diesem Verein hier und die haben den Chinesen die Leitung übertragen. Das sind ihre geplanten Transportwege. China als die Werkbank der Welt und von dort wird es verteilt. Und du siehst, kein anderes Land exportiert nur irgendwas. Und genau wie in allen anderen Sektoren wird auch hier alle gewachsenen Transportwege, also die vor Jahrhunderten aufgebauten und benutzten und so gewachsenen Transportwege zerstört. Und alles soll mit gefertigten Strukturen ersetzt werden. Und wie du siehst, planen die weit voraus. Hawaii ist mit der wichtigste Hafen in diesem neuen Plan. Dies geht aber nur ohne Touristen und ohne Hotels. Und möglichst nicht so viele Einheimische, gell? Und all das soll von der künstlichen Nichtintelligenz gesteuert und regiert werden. Und dies ist gemeint mit ihrer neuen Ordnung der Welt. Die Zerstörung von allem Gewachsenen und das Ersetzen durch etwas Gefertigtem, Künstlichem. Und jetzt siehst du, dass Tag 1361 ein wichtiger war. Am 8.8. haben sie mit dem ersten neuen Hafen begonnen, samt erster Regierung eines Landes, durch die künstliche Nonintelligenz. Man sieht, umso höher die Zahlen werden, umso weniger Primzahlen gibt's, aber umso dramatischer die Aktionen. Gleichzeitig ist dieses Ding da im Niger eskaliert. Das ist jetzt das Ausmaß der Flugverbotszone und hier der Vergleich zu vorher. Wo's aber nicht um die Feuer geht, sondern in Niger geht's um eine Pipeline. Brauchen wir gar nicht mehr weiterreden, oder? Das gehört nämlich auch zu den neuen Transportwege. Und an dem Datum war noch ein drittes. Sie haben sich bereit gemacht in 22 Zeitzonen. Alles Liebe, und wir wissen ja, dass Sie es nicht schaffen. Hier ging's jetzt nur um die Zusammenhänge und darum, wie weit Sie sind. Und recht viel weiter werden Sie eh nicht mehr kommen. Danke, Mama. Hm, 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 hm. Vielen Dank.